Grundlagen der Automation in Studio One. Du hast danach gefragt und dein Wunsch ist mir natürlich Befehl. Ich zeige dir also heute, was du mit Automation in Studio One alles machen kannst, wie einfach sie eigentlich einzusetzen ist und ich verrate dir noch einen praktischen und einen kreativen Ansatz, warum du Automation schon in deiner nächsten Produktion einsetzen solltest. Wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog. Automation, ich kann es ja gar nicht oft genug sagen auf diesem Kanal, Automation ist das Werkzeug, was aus deinem guten statischen Mix einen dynamischeren und noch abwechslungsreicheren Mix machen kann und es ist das Werkzeug, was die Profis tatsächlich benutzen, wenn sie ihren statischen Mix fertig haben und wo sie dann alle ihre Energie reinstecken. Aber warum ist Automation so wichtig? Ganz einfach, ein guter statischer Mix läuft halt von vorne bis hinten durch, aber alle Parameter, alle Fader und so weiter bleiben alle auf der Position, auf der sie einmal eingestellt sind. Aber mit Automation von diesen einzelnen Parametern kannst du dafür sorgen, dass sich einzelne Werte verändern. Instrumente können dynamisch lauter oder leiser werden, je nachdem, wo sie gerade im Song abgespielt werden. Es können sich Hall- oder Delay-Fahnen ändern, es können sich ganze Filterfahrten von Equalizern zum Beispiel öffnen oder schließen und so weiter und so fort. Das schauen wir uns aber gleich direkt mal in der Session an. Ich zeige dir nämlich, wie einfach eigentlich Automation in Studio One anzuwenden ist und möchte dir damit auch die Angst davor nehmen, sie einzusetzen. Denn ganz ehrlich, normalerweise fließt viel Zeit in einen statischen Mix, aber eigentlich sollte mindestens die gleiche Zeit nochmal in Automation von einzelnen Parametern reinfließen, um dein Mix wirklich auf das absolut nächste Level zu heben. Wie einfach das also ist, schauen wir uns gleich in der Session an und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir das zeigst über einen Daumen nach oben und wenn es dir nicht gefallen sollte, weißt schon, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video, aber ich bin sicher, du folgst mir jetzt, wenn wir rüber gehen in die Session. Also los geht's! So, da sind wir schon in der Session und als erstes zeige ich dir mal, wie du die Automationsanzeige aktivieren kannst. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Finger und mit dem drückst du auf die Taste A und zack, ändert sich das Bild bei dir im Arrangierfenster hier auf diese Anzeige. Ich zoome nochmal ein bisschen raus hier, ich drücke nochmal auf A, dann sieht es normalerweise so aus und wenn ich nochmal A drücke, dann wird die Automationsanzeige schon mal aktiviert. Du siehst, es ändert sich nicht viel, außer dass es ein kleines bisschen aufgeräumter ist, aber hier ist jetzt diese kleine Auswahlbox hier, da steht Anzeige aus und wenn du da mal auf den kleinen Pfeil drauf drückst, dann siehst du, dass hier für jede Spur, die du dann mit Automation bearbeiten können wolltest, dass hier schon mal zwei Parameter vorgesehen sind, voreingestellt sind, die du auf jeden Fall ohne Probleme sofort automatisieren kannst. Das eine ist die Lautstärke und das andere ist das Panorama. Wir wählen einfach mal Lautstärke und wollen einfach mal bei unserer Gitarre, die wir hier haben, ein bisschen die Lautstärke automatisieren und du siehst, die Anzeige ändert sich jetzt dahingehend, dass in deiner Spur hier ein blauer Strich hinzugekommen ist. Du kannst die Farbe von diesem Strich ändern, wenn du hier auf der linken Seite hier einfach die Farbe ändern möchtest, dann kannst du das gerne tun mit einem kleinen Klick. Ich bleibe aber mal bei dem voreingestellten Blau, denn das ist dann bei allen Kanälen, die ich hier benutze, immer voreingestellt und dementsprechend, wenn ich auf A für Automation klicke und da ist eine blaue Spur in meinem Bild, dann weiß ich sofort, dass die Lautstärke automatisiert wird. Aber wie kann man denn jetzt automatisieren? Es hat sich ein bisschen was geändert in der Anzeige, aber wir wollen jetzt einfach mal diese Gitarre an dieser ersten Stelle am Anfang ein kleines bisschen leiser machen. Dazu klicke ich hier einfach mal auf diese Linie und dann erscheint hier dieser Punkt. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen Fixpunkt gesetzt für unseren Lautstärke-Fader. Bis dahin soll auf jeden Fall der Fader nicht verändert werden und dahinter soll sich dann der Fader bewegen und den Pegel ein bisschen ändern, die Lautstärke ändern. Ich ziehe den jetzt einfach mal runter den Punkt und du siehst, dass ich jetzt hier einfach mal 20 dB rausgenommen habe. Nehmen wir mal als Beispiel, muss jetzt keinen akustischen Grund haben oder so, aber vielleicht möchtest du ja bei deiner Gitarre dafür sorgen, dass sie ein bisschen leiser spielt. Dann kannst du das hier einfach runterziehen und siehst, dass die Linie jetzt da anzeigt, dass danach 20 dB leiser gespielt wird. An dieser Stelle soll es vielleicht ein bisschen lauter wieder gespielt werden und dann schiebe ich das wieder hoch und zack, habe ich dafür gesorgt, dass in den ersten vier Takten die Gitarre deutlich leiser spielt. Automatisch brauche ich nie wieder anpacken und kann mich darauf verlassen, dass die DRW das automatisch abspielt. Wenn dir das ein bisschen zu aufwendig sein sollte, ich mache das mal wieder rückgängig, dann kannst du das auch mit einem anderen Trick machen, wenn du hier nämlich auf der linken Seite hier oben das Bereichsauswahlwerkzeug aktivieren würdest. Dann klicke ich mal drauf, siehst du, dass sich der Cursor hier in so einen Pfeil geändert hat. Wird jetzt nicht größer, wenn ich hier reinzoome, aber es ist so ein Pfeil geworden und mit dem kannst du jetzt hier einfach einen Bereich auswählen. Wir nehmen mal wieder die ersten vier Takte von unserer Gitarre, die markiere ich hier einfach mal mit einem Klick und kann jetzt hier, wenn ich den Cursor hier oberhalb der Linie benutze, hier unten drunter ist es ein Kreuz, hier oben drüber ist es dieser komische Strich mit dem etwas breitere H, kann ich dann einfach nochmal klicken und einfach hier runterziehen. Ich kann trimmen und wie du siehst, ganz einfach, ohne dass ich irgendeinen Punkt setzen muss, wird sofort in diesem Bereich, den ich ausgewählt habe, wird jetzt hier dieser Bereich leiser gemacht. Klick wieder daneben und du siehst, dass die Automation hier eingetragen ist. Wenn du nicht unbedingt umschalten möchtest, die ganze Zeit zwischen deinem Cursor, zwischen dem normalen Anzeigetool, zwischen dem Pfeil und dem Bereichsauswahlwerkzeug, dann kannst du einfach hier auf der linken Seite hier oben diese kleine Klammer aktivieren und dann ist dein Cursor quasi oberhalb der Hälfte, ich zeige es dir mal, ich aktiviere das mal, dann ist der oberhalb von deiner Spur, von der Hälfte deiner Spur ist er ein Cursor für die Bereichsauswahl und unterhalb der Hälfte ist er ein Cursor, mit dem du einfach die Spur zum Beispiel verschieben kannst oder markieren kannst. Also kann ich hier oberhalb der Hälfte, kann ich jetzt hier mit dem Bereichsauswahlwerkzeug wieder auswählen, kann hier wieder trimmen und kann das Ganze dann hier wieder einfach so justieren. Wenn ich die Automation, die ich gemacht habe, vielleicht wieder loswerden möchte, kann ich die auch mit dem Cursor einfach hier markieren und dann mit der Entfernen-Taste wieder rausschmeißen und zack ist sie wieder entfernt und du hast keine Automation an der Stelle. Vielleicht möchtest du sie nochmal machen, möchtest du sie nochmal neu machen oder möchtest du sie vielleicht ganz loswerden, dann kannst du einfach hier markieren und mit Entfernen wieder wegmachen, dann ist wieder alles auf Null. Wenn du die Automation stehen lassen möchtest, aber du möchtest sie trotzdem gerade mal deaktivieren, geht das auch ganz einfach. Du kannst nämlich hier auf der linken Seite für jeden Parameter, den du automatisierst, hier einfach diesen An- und Ausknopf nutzen und zack wäre dann die Automation ausgeschaltet. Mit anderen Worten, der fährt zwar über diese Stelle, wo du vielleicht eine Automation drin hättest, machen wir nochmal eine rein, würde jetzt hier drüber fahren. Wir haben hier die Stelle ein bisschen leiser gemacht. Die DRW würde aber sehen, okay, die Automation ist deaktiviert, also nutze ich die nicht. Du hast sie noch drin reingemalt, aber sie wird nicht abgespielt. Wenn du sie dann wieder aktivieren möchtest, ganz einfach hier auf der linken Seite wieder anmachen und los geht's. Das Gleiche geht natürlich auch mit dem Panorama. Und am Panorama Beispiel zeige ich dir jetzt mal, dass du auch noch anders die Automation reinmalen kannst, nämlich ohne reinzuklicken oder ohne das Bereichsauswahlwerkzeug, sondern du kannst deiner Kreativität tatsächlich freien Lauf lassen. Und das geht natürlich nicht nur beim Panorama, sondern bei allen Parametern, die du irgendwie automatisch abfahren lassen möchtest, indem du nämlich hier oben links auf diesen Stift gehst. Mit dem Stiftwerkzeug kannst du hier zum Beispiel, wenn du hier das Freihand-Tool ausgewählt hast, kannst du ganz einfach deine Automation reinmalen. Du kannst also hier einfach reinklicken und hier deine Automation einfach wild reinmalen. Hier zum Beispiel eine wilde Panoramafahrt, die ich jetzt hier reingemalt habe. Und zack, hast du einen super abgefahrenen Sound. Und das Panorama macht einfach genau das, was du willst. Wir können ja mal kurz reinhören, was ich jetzt hier gerade automatisiert habe. Aber hast du gehört? Es ist automatisch leiser geworden, weil ich vorher ja noch hier die Lautstärke automatisiert habe. Das mache ich mal kurz raus hier. Die Automation für die Lautstärke nehme ich mal wieder raus, entfernen und schalte jetzt nochmal auf das Panorama. Hören wir uns nochmal an, was ich hier gemacht habe. Also, das Panorama fährt. Und macht genau das, was ich möchte, was ich ihm gesagt habe. Also hat hier wirklich eine wilde Fahrt eingezeichnet. Aber so kannst du ganz kreativ auch mit dem Stiftwerkzeug hier für jeden Parameter, den du verändern möchtest, was reinmalen. Beim Panorama ist das natürlich ganz schnell gut zu hören. Das geht natürlich bei allen, bei Lautstärke auch. Ich nehme das aber mal wieder hier raus. Einfach wieder markieren an dieser Stelle, entfernen, drücken und zack ist die Automation wieder entfernt. Überhaupt kein Problem. Automatisieren kannst du so ziemlich alles, was dir unter die Finger kommt. Also in jedem Plugin, wir können ja mal den Equalizer hier zum Beispiel nehmen, in jedem Equalizer, in jedem Plugin, was hier bei Studio One funktionsfähig ist, kannst du auch jeden einzelnen Parameter automatisieren. Wir können zum Beispiel hier, was weiß ich, die Frequenz von unserem Low Cut hier unten links zum Beispiel. Ich aktiviere mal den Low Cut und dann können wir hier die Frequenz zum Beispiel aktivieren. Und das ist ganz einfach, wenn das Plugin nämlich von Studio One ist, also direkt eins der mitgelieferten Plugins ist, da musst du nur mit der rechten Maustaste auf den Parameter hier auf den Regler zum Beispiel draufklicken und kannst dann hier Low Cut Frequency Automation bearbeiten. Kannst also hier unter Automation einfach draufklicken und schon ändert sich hier auf der linken Seite bei deiner Spur die Anzeige und du siehst, jetzt kannst du als Automation eben nicht nur die Lautstärke und das Panorama auswählen, sondern kannst zum Beispiel den Low Cut hier auch automatisieren. Was zum Beispiel schön ist, wenn du deinem Bass in der Strophe ein bisschen die Bässe klauen möchtest, dann stellst du einfach per Automation ein, dass die Low Cut Frequenz, also da wo der Low Cut eingreift, dass die vielleicht ein bisschen höher gewählt ist. Machen wir hier am Anfang mal ein bisschen höher und stellen das Ganze mal hier ein bisschen. Da muss ich mehr Punkte setzen auf jeden Fall, hätte ich jetzt auch mit dem Bereichsauswahltool machen können. Aber wir wählen das jetzt einfach mal an und schieben das hier hoch. Falls du dich fragst, wie jetzt aus meinem Cursor die Hand geworden ist, ich muss nur die Alt-Taste wählen, weil wenn ich hier diesen Finger mit dem Finger nach oben habe, dann würde der jetzt einen Punkt wieder setzen. Mache ich mal rückgängig. Wenn ich aber die Alt-Taste halte, dann kann ich hier einfach diese Linie anfassen und die nach oben schieben. Und du siehst jetzt hier, die Low Cut Frequenz wird jetzt auf 1,7 Kilohertz hochgeschoben und zack würde jetzt hier der Low Cut, wir gucken mal drauf, wenn die Automation hier fährt an dieser Stelle, hier vorne an dieser Stelle, auf 1,92 Kilohertz hochgehen. Und wenn ich dann laufen lasse, ist alles ganz dünn. Und dann kommt die Automation und öffnet. Geht wunderbar bei einem Bass und das geht natürlich auch noch ein bisschen charmanter, jetzt nicht so schlagartig. Man kann also das Filter hier zum Beispiel auch ganz langsam öffnen lassen an dieser Stelle und dann klingt es so. Und zack, hast du den Low Cut zum Beispiel automatisiert und hast dadurch eine schöne, abwechslungsreiche Filterfahrt reingebaut, um dafür zu sorgen, dass sich bei deinem Bass, bei deinem Instrument, was du bearbeiten möchtest, bei deiner Stimme, bei den Drums, dass sich da etwas ändert. So einfach kannst du also in Plugins, die bei Studio One mitgeliefert werden, kannst du dafür sorgen, dass die automatisiert werden. Und du siehst hier zum Beispiel, hier die Farbe von dieser Linie ist jetzt gelb. Und wenn du hier unten beim Low Cut mal guckst, dann ist da auch ein Punkt gelb-grün irgendwie so in der Nähe. Auf jeden Fall, dieser Punkt zeigt an, dass dieser Parameter automatisiert wird und dann weißt du auch sofort, was damit gemeint ist. Wunderbar einfach einzusetzen. Das geht allerdings nicht bei Plugins, die nicht bei Studio One mitgeliefert sind. Nehmen wir mal den Wider zum Beispiel hier. Bei dem Wider würde ich jetzt zum Beispiel gerne dafür sorgen, dass hier die Stereobreite verändert wird. Aber wenn ich da mit der rechten Maustaste draufklicke, ändert sich überhaupt gar nichts. Hier, da wird nichts angezeigt, was ich automatisieren kann. Deswegen muss ich einen anderen Trick benutzen. Achte mal hier oben links auf das, was hier oben links angezeigt wird. Da siehst du, da steht Amount Wider. Mit Amount ist die Stereobreite gemeint. Und hier wird immer angezeigt, der letzte Parameter, den ich gerade angeklickt habe. Achte mal drauf, ich hebe dir das mal mit einem Zoom hervor. Wenn ich hier beim MV2 zum Beispiel auf den High Level klicke, zack, ändert sich das. Und ich kann diesen Parameter gleich automatisieren. Ich zeige dir, wie das geht. Also keine Angst, es wird verraten. Es wird erstmal nur da oben links angezeigt. Oder wir nehmen beim Wider halt die Breite. Der letzte Parameter, den ich hier angepackt habe, wird hier oben links angezeigt. So, wie kriege ich das ganze Ding jetzt aber auch als Automation auf meine Spur? Ganz einfach. Wenn du hier auf den A-Knopf drückst, hier auf der linken Seite, steht da Automation bearbeiten. Und damit wird immer der letzte angeklickte Parameter quasi zur Automation hinzugefügt. Ich klicke mal drauf auf das A. Zack. Und schon wird hier in der Spur angezeigt, dass ich hier jetzt die Stereobreite verändern kann und automatisieren kann. Und auch da ganz einfach wieder reinklicken. Ich kann zum Beispiel hier mit meinem Bearbeitungstool wieder den Bereich hier auswählen. Ich kann das einfach hier nach oben schieben. Na, da funktioniert es jetzt nicht. Also klicke ich hier einfach rein und sage hier so. Schiebe das nach oben. Und damit habe ich jetzt hier zum Beispiel die Breite auf 100% gerechnet und kann jetzt hier im nächsten Bereich einfach dafür sorgen, dass das Ganze hier dann automatisch runtergefahren wird auf die andere Seite. Und wenn wir jetzt mal dem Wider bei der Arbeit zugucken, was da passiert. Verändert er automatisch die Stereobreite, weil ich sie automatisiert habe. In diesem Fall natürlich nur zu Anzurschauungszwecken, aber du verstehst, was ich meine. Eine weitere Variante, die Automation aus der oberen linken Ecke rauszukriegen wäre, dass du die Hand daneben nutzt. Wenn du die Hand daneben nutzen möchtest, dann kannst du auf der einen Seite diesen Parameter einfach auf deine Spur ziehen, hier rüber und da fallen lassen. Dann wird er dir angezeigt. Oder aber du kannst mit der Hand dafür sorgen, dass du unterhalb der oder oberhalb der Spur, wo auch immer du möchtest, hier zwischen den Spuren eine neue Automationsspur machst. Das heißt, die Hand hilft dir, für diesen einen Parameter von dieser Spur eine eigene Spur anzulegen, was zu Übersichtszwecken durchaus sinnvoll sein kann. Wenn du nämlich eben nicht alles hier in dieser Liste haben möchtest oder so, dann ist es sehr praktisch manchmal, wenn man da einfach eine separate Spur für hat, auf der man sofort parallel sehen kann, welche Automationen eigentlich abgefahren sind. Und so kannst du jetzt hier auf dieser Spur, die könnte man dann umbenennen, in 13, wie heißt die Spur darüber, Gitte, Oktaven, Oktaven, Automation nennen wir die dann. So, und dann wird da nur die Automation angezeigt, die ich hier auswählen kann. In diesem Fall habe ich die Spur jetzt für die Stereo-Breite vom Wider angelegt. Aber du siehst, das Prinzip ist ganz einfach. Du kannst dir eine eigene Spur anlegen. Ich lösche die jetzt mal wieder. Und kannst auch so dafür sorgen, dass du ein bisschen Übersicht behältst. Also es ist wirklich ganz schnell geklickt. Und speziell hier oben links die Ecke, die hilft dir wirklich zu finden, welchen einzelnen Parameter du jetzt automatisieren möchtest oder auch nicht. Falls du einen Parameter wieder loswerden möchtest und ihn eben nicht ausschalten möchtest oder dass du vielleicht vorher noch mühsam alle einzelnen Automationen rauslöscht, geht das auch ganz einfach. Du kannst hier einfach auf den Pfeil drücken, da wo die Auswahl für die einzelnen Automationen ist. Hier werden alle Parameter angezeigt, die du hast. Und darunter gibt es einen Punkt, der heißt Hinzufügen und Entfernen. Wenn du den aktivierst, dann geht hier dieses Menü auf, diese Auswahl hier. Und auf der linken Seite siehst du alle Automationen, die du bisher gewählt hast. Und wenn du hier einfach zum Beispiel einen anklickst und auf Entfernen klickst, zack, ist er weg. Und die Low Cut Frequency können wir auch auswählen. Zack, entfernen. Und schon findet überhaupt gar nichts mehr statt. Die beiden sind nicht mehr automatisiert. Die ganzen Informationen auf den Spuren sind allerdings auch weg. Das solltest du bedenken, wenn du das so machst. Das ist also dann nicht mehr reversibel. Falls du aber einen Parameter nicht finden solltest, oben links in der Ecke oder wird dir nicht angezeigt, kannst du auf diesem Weg auch hier einfach deinen kompletten Kanalzug auf der rechten Seite hier durchsuchen und kannst zum Beispiel sagen, okay, hier im Analog Delay hätte ich gerne den Dämpfungsfaktor vom Low Cut Filter. Und wenn du den hier aktivierst, kannst du einfach hier oben auf hinzufügen klicken und zack, wäre der jetzt auch wieder per Automation zur Verfügung. Du siehst, es gibt verschiedene Wege, wie man die Automation hinzufügen kann, aber der einfachste Weg ist sicherlich bei den Studio One Plugins durch einen Rechtsklick und Automation hinzufügen oder bei allen Fremd-Plugins hier oben links einfach über die Ecke zu gehen und dann mit einem Klick auf A dafür zu sorgen, dass die Automation zu deiner Spur hinzugefügt wird. Ich habe dir ja noch versprochen, dass ich dir zwei Anwendungsbereiche zeige. Du kannst dich natürlich insgesamt komplett austoben, kannst alles machen, was du möchtest und ich kann dir auch zeigen, was ich in diesem Song, den wir jetzt hier gerade offen haben, tatsächlich an Beispielen auch gemacht habe. Kann ich dir hier oben in einem Video mal einblenden und da kannst du ja später mal reinschauen, was ich da alles tatsächlich automatisiert habe. Da war eine ganze Menge kreatives Zeug dabei, was dich sicherlich auch inspirieren sollte, das bei dir mal auszuprobieren. Aber ich habe dir ja gesagt, wir machen zwei Anwendungsbereiche, wo du einmal kreativ und einmal praktisch das einsetzen kannst. Kreativ können wir uns immer austoben, aber speziell, wenn es um ein Problem geht, was wir beheben wollen, dann ist es schon praktisch, wenn man das eben nicht händisch machen muss, sondern automatisiert abfahren lassen kann. Wovon rede ich? Kreativität zeige ich dir als erstes. Filterfahrt mit dem Equalizer. Wir nehmen einfach mal einen Equalizer. Moment. Wir aktivieren hier den Equalizer, den ich dir gerade schon mal gezeigt habe. Und ich möchte jetzt, dass unsere Gitarre am Anfang eher dumpf klingt und dann Stück für Stück aufmacht. Das heißt, dass das Filter Stück für Stück sich öffnet. Das geht ganz einfach, wie ich es dir gerade schon gezeigt habe. Einfach einen Highcut aktivieren hier auf der rechten Seite und dann klicken wir mit der rechten Maustaste drauf, klicken Highcut Frequency Automation bearbeiten und sorgen dann dafür, dass das automatisiert wird. Startpunkt sollte sein, dass unser Filter möglichst geschlossen ist. Deswegen drehe ich den jetzt hier erst mal runter. So, drehen wir den mal richtig runter auf, sagen wir mal knapp 500 Hertz. Mit anderen Worten, unsere Gitarre klingt jetzt wirklich furchtbar, nämlich so mumpfig. Und jetzt hier ab Takt 106 soll es jetzt also langsam aufwärts gehen. Ich klicke also jetzt hier rein und möchte, dass bis Takt 110 der Filter jetzt komplett aufmacht. Du siehst, die Linie ist hier schön gerade gemalt und wenn wir uns das Ganze anhören, wird das Filter schön gerade öffnen. Und macht auf bis zu 20 Kilohertz. Das klingt aber nicht ganz so cool, weil die Gitarre ja oberhalb von, sagen wir mal 10, 12 Kilohertz nicht mehr so viel Informationen hat. Mit anderen Worten, auf der Hälfte der Strecke hier klingt es schon so, als wenn das Filter komplett auf war. Und da kommt jetzt eine neue Funktion hinzu, die ich dir noch nicht gezeigt habe. Denn du kannst, wenn du so eine Linie gezeigt hast hier, muss die nicht zwingend gerade bleiben. Du kannst hier in der Mitte zum Beispiel diesen Punkt anfassen und kannst dann dafür sorgen, dass die Linie, die Automationsfahrt etwas anders gefahren wird, runder gefahren wird. Und wenn ich möchte, dass sie am Anfang etwas langsamer fährt und dann erst zum Schluss hin aufmacht, so wie zum Beispiel hier, dann klicke ich einfach hier auf diesen Punkt zieh den passend und höre mir dann einfach mal an, was passiert, wenn ich da so eine runde Fahrt reinbaue. Und das hören wir uns mal kurz an, wie das jetzt klingt. Musik 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 Und so klingt es dann schon viel charmanter. Wir können das natürlich auch umgekehrt machen, wenn wir danach möchten, dass auf den nächsten vier Takten der Filter wieder zumacht. Dann ziehen wir wieder hier einen Klick. Vier Takte später, ziehen ihn hier runter und können dann die Filterfahrt natürlich auch anders rumfahren, dass sie ein bisschen langsamer schließt so an dieser Stelle. Siehst du, da ist die Rundung wieder eingebaut und das klingt dann so. Musik Musik Und zack ist das Filter wieder zu. Kreativer Ansatz, funktioniert super bei Beats, bei Bessen, bei Vocals, Chören, etc. pp. Bei Synthesizern, da kann man sich wirklich austoben. Und das sind vor allem Tools, die auch in jeder Musikrichtung gut funktionieren. Die du also in jeder Musikrichtung, vor allem in tanzbarer, elektronischer, tanzbarer Musik einsetzen kannst. EDM, Remixe, etc. pp. Diese Filterfahrten sind super für jeden Teil im Song geeignet. Aber ich habe ja gesagt, kreativ austoben ist die eine Sache. Ein rein praktischer Ansatz ist, wenn du ein Problem hast, was du gerne lösen möchtest, wo du aber nicht genau weißt, wie du lösen sollst. Wie zum Beispiel das Echo, was ich hier habe. Wir haben hier ein Echo und der Song hier hinten hört auf. Das heißt, wenn der Song hier hinten bei Takt Nummer 116 aufhört, dann läuft das Echo von dieser Gitarre weiter. Wir hören uns das mal kurz an. Ich muss kurz den Low Card wieder, den High Card wieder aufmachen. Zack, so. Also, im Moment klingt es so. Achte mal auf das Delay. Eigentlich habe ich dann eine ziemlich knallharte Gitarre gespielt, die dann zusammen mit der kompletten Band macht. Aber das Delay sorgt dafür, dass dieser Punkt nicht so definiert ist irgendwie. Ich müsste also dafür sorgen, dass das Delay an der Stelle aus ist. Und das kann man ganz einfach machen, indem wir jetzt zum Beispiel hier bei unserem Analog Delay auf den Bypass-Schalter hier oben klicken. Hier ist der Bypass-Schalter und daneben steht automatisierbar. Mit anderen Worten, ich kann dafür sorgen, dass ab einem bestimmten Punkt das Delay ausgeschaltet wird. Klicken wir mal drauf und du siehst dann hier schon oben links auf der Ecke, dass hier unser Bypass-Schalter vom Analog Delay jetzt auch automatisierbar ist. Also klicken wir mal auf A. Zack, können wir das hier in unserer Spur auswählen und können jetzt einfach dafür sorgen, dass das Delay bei Takt 116, da soll er einfach mal aufhören, dass das Delay da ausgestellt wird. Mit anderen Worten, ich klicke hier einfach rein. muss hier noch einen zweiten Punkt setzen hier und sage ihm jetzt, ab dieser Stelle hier Takt 116, gehst du jetzt bitte aus. Also hier auf der Seite ist jetzt hier, hier unten ist die Einstellung für Bypass, muss ich andersrum machen? Muss ich andersrum machen? Entschuldigung, ich muss mal aufpassen, dass man nicht durcheinander kommt. Also hier oben ist das Analog Delay, nee, unten ist das Analog Delay. Ein bisschen tüfteln ist es dann doch. Hier unten ist es also aktiviert, der Bypass ist nicht angepackt und dann kann ich hier schalten, dass der Bypass hier aktiviert wird und das Delay damit ausgeschaltet wird. Und jetzt klingt es an dieser Stelle wie folgt. Ganz praktischer Ansatz, das Delay soll da aus sein, damit wir da einen ganz knallharten, punktuierten Abschluss für unseren Song hinkriegen. Und so kannst du ein kleines Problem einfach ganz easy mit Automation beheben und dafür sorgen, dass dieses Delay hinten raus eben nicht läuft. Das kannst du auch mit einer Hallfahne machen, die hinten raus nicht so lange nachhallen soll. Manchmal hat man ja wirklich einen langen Hall auf einem Vocal zum Beispiel drauf oder ein Echo, was auf den Vocals drauf ist, was nicht so lange nachlaufen soll. Einfach den Bypass-Schalter automatisieren und zack, hört es genau am gewünschten Punkt auf. Wunderbare Geschichte. Also kreativer Ansatz, dann praktischer Ansatz. Wir haben uns angeschaut, was man automatisieren kann, wie man es automatisieren kann, wie man es einstellen kann, wie man seine Kurven malen kann und so weiter und so fort. Und ich hoffe, dass du verstanden und gesehen hast, wie einfache Automation, wie spielerisch Automation wirklich einzusetzen ist und wie man sich damit kreativ austoben kann, um seinen statischen Mix auf ein neues Level zu heben. Ich wünsche dir jetzt wunderbare Ergebnisse damit. Viel Spaß beim Ausprobieren. Tob dich aus. Es gibt nicht zu viel. Es gibt eher zu wenig Automation. Und dann lass mich gerne mal hören. Schreib mir unten in die Kommentare, was es dir gebracht hat, ob du vielleicht noch Fragen hast und so weiter. Ich beantworte das gerne. Und wir sehen uns dann die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog. Und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste, mal's gut und Yassu!